Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir stellen heute eine Piñata her, ist das nicht der Hammer. Ihr braucht dafür halt nur ein Blatt Papier, eventuell nur wenn ihr eure Piñata bunt haben wollt, braucht ihr noch einen Stift und natürlich dieser Film. So, hihihi, jetzt könnt ihr auch schon eure Piñata anmalen, hihihi, das macht sehr viel Spaß und so. Ja, nice. Gebt dem Video doch schon mal 60.000 Daumen nach oben, wenn euch das gefällt, hihihi. So, jetzt befestigt ihr das Theseband an eurem Blatt Papier. Wenn ihr dies getan habt, dann könnt ihr eure Piñata auch schon an der Decke festkleben. Zum Glück ist bei mir die Decke nur 1,60 hoch, also komme ich da locker dran und bis gleich. So, das hier ist jetzt die Piñata und beim Befestigen müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, damit ihr nicht auf die Fresse fliegt. Und jetzt könnt ihr mit einem Schläger die Piñata zerstören. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.